Hi, ich bin Musicman Corny, willkommen in meinem kleinen Studio. Hinter uns liegt ein richtig musikalisches Jahr 2023. Hier gibt's einen kleinen musikalischen Rückblick. Heute geht's, ich hab Leselust, mehr und mehr. Ja, die Malfolge der drei ist so leicht zu verstehen. Ich kann sie schnell lösen, es klappt in hartem Drehen. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 8. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat, der immer eine gute Lösung hat. Der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf... Ach, wie bin ich müde. Ach, ich schlaf gleich ein. Doch es ist ja heller Tag, wie kann ich müde sein. Ach, das ist die Malfolge der sieben. Jetzt ist sie hier oben geblieben. Die fiel mir anfangs ziemlich schwer. Doch jetzt vergesse ich hier nicht mehr. Malfolge, Malfolge der Acht. Malfolge, Malfolge der Acht. Der Herbst ist jetzt wieder da. Es wird wieder kalt, wie letztes Jahr. Regen und Wind überall. Regen, Stüber, alles bald. Auf den 14. Erstes Eis. So gefällt der Winter. Wir werden schon heute hier. Natürlich sind auch fürs nächste Jahr viele Songs geplant. Einige Ideen sind schon da. Aber an der Stelle frage ich mich eigentlich auch mal, welche Songs wünscht ihr euch denn eigentlich? Worüber soll ich denn mal ein Lied schreiben? Oder vielleicht, welchen Song soll ich dann auch mal covern, neu gestalten? Lasst es mich gerne wissen. Schreibt es gerne runter in die Kommentare. Ohne einen richtig guten Freund von mir würde das Ganze so gar nicht funktionieren. Der nochmal den Song zum letzten Schliff gibt. Manchmal auch selber noch Instrumente einspielt. Vielen Dank, Jonathan Möbius, für all deine Unterstützung bei meinen Songs, bei meinen Liedern. Was ich immer wieder cool finde, was mir Mut macht, wo ich auch so ein bisschen den Mehrwert herziehe, ist, wenn ich von Freunden höre, von Bekannten höre, von Nachbarn höre, wo sie diesen Songs einfach im Alltag begegnen, sei es direkt im Schulunterricht, sei es bei der Nachhilfe oder am Nachmittag irgendwo. Von daher würde mich einfach mal interessieren, wo begegnest du den Songs eigentlich in deinem Alltag? Neben den ganzen neuen Songideen tüfte ich gerade auch noch ein wenig an ein paar neuen Formaten, die ich euch gerne präsentieren möchte. Und nicht zuletzt soll im neuen Jahr auch mein erstes eigenes Album erscheinen mit den Malfolgensongs. Also seid gespannt darauf. Ich wünsche euch ein richtig, richtig gutes Jahr 2024. Dass die Ziele, die ihr euch gesteckt habt, dass die auch in Erfüllung gehen. Viele coole musikalische Eindrücke und Ohrwürmer. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr genauso hier wiedersehen auf meinem Kanal. Bis dahin, alles Gute euch und vielen Dank für euren Support. Euer Music Man Corny. Euer Music Man Corny. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!